So, weiter geht die Party bei Rogue Legacy 2. Ich freue mich drauf. Jo, hier, Ausrüstung geht halt jetzt im Moment noch gar nichts. Ich habe jetzt alles Gold ausgegeben. Wir wollten, denke ich mal, hier mal wieder vorbeischauen. Mal gucken, was hier abgeht. Da habe ich, glaube ich, die letzten Sachen so mehr oder minder gemacht. War das so? Genau, Wellenreiten und Trainingsraum. Trainingsraum ist schon abgeschlossen. Und da, das hatten wir alles gemacht. Genau, mit der Klasse. Astromant, hier Armata, ging noch nicht. Genau, und dann hier albtraumhafte Vorhandlungen haben wir auch gemacht. Ja, fehlt halt noch ein bisschen was. Gut, alles klar. Beziehungsweise wir brauchen einen anderen Helden und so. Gut, da geht nichts, ne? Jo, dann sind wir weiter hier beim Farmen. Ausrüstung finden, New Game Plus 7 oder wo wir da am Start sind. Und jo, machen wir dann mal. Neues Spiel Plus 7. Yay, hört mal mich. Mikro, hallo. Oh, Mikro will nicht so, wie ich gern wollen würde. So. Also sagt mein Aufnahmeprogramm hier und dann ist es doch nochmal anders. Ist ja klar. So, wir haben ein bisschen mehr Leben. Wir haben ein bisschen mehr Damage als vorher. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Gar nicht, traumhaft. Weil wir natürlich generell noch ein bisschen zu schwach sind. So, ist leider nicht mehr so, wie in der letzten Folge, dass wir wirklich mit Gold zugeknüppelt werden. Leider Gottes. Boss Run wäre mal ganz geil, wenn der Boss jetzt kommen würde. Oder wenn wir hier in der Truhe was richtig Geiles bekommen würden. Und ich nicht doof in die Gegner reinbrettere. Das wäre auch so eine super Idee. Geblütsrüstung plus 2 ist natürlich auch eventuell interessant für uns. Das muss man demnächst mal reinziehen. Oh, was mache ich da? Oh, das war knapp, ne? Gerade schon fast verschissen. So, da gehen wir mal weiter. Uncool. Mach keinen Quatsch. Monty, warum gehst du immer so leicht nach links? Mann, ey. So, hier wollen wir weiter. Flieg nach unten. Wunderschön. Und hol dir Goldfontänen ab. Mann, nervt mich das, dass ich da nicht levele. Auch wenn es nur Fokus ist. Das ist echt mein Pech, was ich in dem Spiel hier habe. Dass der Char jetzt nicht, was ist ich, plus Rüstung oder sowas hatte. Hier, wenn man ihn auflevelt. Hat er das blöde Fokus, wo ich echt null drauf spiele. Ich will eigentlich immer Mana kriegen. Also hier, dass ich, wenn ich Mana habe, möchte ich eigentlich nur, dass man weniger Damage bekommt und so. Weil wir einfach in diesem Bereich noch zu schwach geskillt sind. Vielleicht, äh, ändere ich meine Meinung irgendwann mal. Höchst wahrscheinlich. Weil die Endgame-Builds wahrscheinlich schon magiemäßig da abgehen, nehme ich mal an. So, da haben wir schon ein bisschen Gold gemacht. Hier könnten wir uns steigern. 250 Schaden für 101 mehr Leben. Den Deal gehen wir ein. Und hoffen, dass ich ein bisschen überlebe. Das kriege ich eigentlich jetzt an Heilung hier, wenn ich einen Gegner töte. Keine Ahnung. Müsste ja mittlerweile ein bisschen was sein. Haben wir ja auch geskillt. Super. Es wäre ganz geil, wenn ich es schaffen würde, den da fertig zu machen. In der Zeit. Nee, Alter, es gibt es doch nicht. Dann machen wir es halt anders. Dann machen wir es so. Also, dann machen wir es so. Elf Leben kriegen wir. Elf Leben. Okay. Das ist nicht schlecht. So, hier ein bisschen Gold. Was wir mittlerweile auch an Möglichkeiten haben, eigentlich Ausrüstung anzuziehen. Das war, glaube ich, auch noch so ein Ding. Ausrüstungs- und Runengewicht. Da wollte ich was machen. Alles klar. Nee, Spiel. Du willst mich echt ein bisschen ärgern. Alles klärchen. Wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Okay. Aber ein bisschen mehr halten wir schon aus. Das Mehr an Rüstung merkt man so langsam auch, ne? Also, langsam wird das hier sogar sinnvoll. Oh, ich dachte, was kommt da gerade angeflattert? Also, so langsam wird es sogar sinnvoll. Ach so, da sind wir wieder in dem Raum. 29.000 Gold. Nicht schlecht. Oh, gar nicht gesehen. Alter, ich bin nochmal komplett unkonzentriert. Was mache ich? Aber ich freue mich, wenn ich da in die nächste... In die nächste Hauptsession gehe, wenn ich hier richtig mal aufnehme. Das heute habe ich nur ein, zwei Folgen mal aufgenommen, mal wieder. Wollt ihr ein bisschen vorankommen, dass das nicht stehen bleibt hier. 8% mehr Magie-Schaden. Ich sollte mir auch die anderen Klassen mal angucken. Paranoid. Sollen wir sowas mal machen? Komm, dann leveln wir auch mit dem mal wieder. Wir machen jetzt einfach mal Quatsch. So, auf geht's. So, was haben wir? Rüstung. Ja, oh, Rüstung kostet auch gar nicht viel. Bringt mir allerdings jetzt so wenig. Das will ich jetzt nicht machen eigentlich. Wir bleiben mal auf dem Runengewicht-Kurs. Wenn ich halt die weiteren Runen da eventuell freischalte, das wollten wir ja machen. So, kann ich hier irgendwas... Kann ich irgendein Boss-Blatt machen? Das können wir ja mal gucken. Komm, mach ein Boss-Blatt. Das wäre super wichtig für uns. Hier, was ist das? Was war das nochmal? Mach mal weg, oder? Die waren ja easy. Die machen wir weg. Mit dem Ritter. Ist ja logisch. So, hier mit Gift-Schaden bin ich dabei, oder? Ja, dann sollen sie doch Gift-Schaden bekommen. Das ist doch geil. Sind das die zwei Typen, die da kommen? War das so? Ja, ne? So, was haben wir hier noch? Sprungtritte und... Sehr schön. Mana fängt ein bisschen Schaden ab. Ey, come on. Das ist doch eventuell... Und die Sturmkrone. Leute. Alter, komm jetzt. Das kann, oder? Die machen wir weg. Die machen wir alle weg jetzt hier. So, was habe ich hier? Ich habe das Super-Special-Move. Ach so. Genau. Und die greifen mich ja nur an mit ihren tatsächlichen Attacken. Das war ja auch noch das Ding, ne? Genau. Bleibt schön hier stehen. Oh, da kriegt er schon richtig auf die Latz. Da kriegt er auf die Latz, Leute. So sieht es nämlich aus. So, hier den da. So, dann machen wir den. Und den. Oh, Leute. Ich habe ein Gefühl. Ich habe ein Gefühl. Er hat ein Gefühl, Leute. Scheiße. Ey, das könnte. Das wird, oder? Mach den Blatt. Gregor, gehen wir denn auf den Sack jetzt? So. Oh, schlecht. Das ist halt geil, dass die da nicht richtig angreifen können. Dass die immer nur mit ihren tatsächlichen Attacken angreifen. Oh, ja, komm. Spiel. Das war jetzt ein bisschen unfair. Jetzt hat es mich nämlich gerade selbst gestackt. So. Oh, sehr schön Statuseffekte draufgelegt. Du kannst mich nur mit deinen Attacken angreifen mit sonst nichts. So, da guckt der blöd. Du guckst blöd. Ihr guckt blöd. Alle gucken blöd. Ich habe noch super viel Leben, Leute. Da geht was. Wer weiß. Vielleicht reicht es sogar aus. Von der Starke, wie wir hier gespielt haben. Das war wirklich. Das war gute Punktzahl machen. Stirb. Das war, glaube ich, auch meine Intention hier noch, das zu machen. Mega geil. Mega geil. Bosse weggeklatscht. Traumhaft. Da liegen sie. Divergente Dimensionen. Alle sind kaputt. Ja. 18.000. Das reicht nicht, ne? Trotzdem. Das war schon mal eine gute Idee. Ja, ganz knapp. Da kriegen wir 800 Seelen. Armada geht halt gar nichts. Probieren wir den auch noch. Das war irgend so ein Augeboss, ne? Ah, der war strammlich. Der war stressig, oder? Ja, machen wir den Volltreffer-Schaden hoch. Der war stressig, glaube ich. Was haben wir hier? Magieschaden zu. Hm. Ja, komm. Brennen. Machen wir auch brennen. Wer weiß. Gut, ich kann ja den Block noch machen. Eventuell hilft der. Gut, jetzt habe ich halt defensiv nichts, ne? Brennen doppelt. Hm. Und hunderten Schlossenheit. Das ist jetzt nicht so ganz billig. Der Volltreffer-Schaden. Machen wir den noch hoch. Komm. Jetzt gucken wir mal. Ich gehe mal voll offensiv drauf. Das ist jetzt eher so die offensive Brennen-Variante, sage ich mal. Gehen wir mal drauf und kloppen einfach wie böse rein. Und vielleicht habe ich hier super viel Glück. Und ja, genau. Die Reichweite dürfte ja ausreichen. Dann kloppen wir einfach hier rein. Komm, geh runter, geh runter. Wer stirbt zuerst so auf die Tour? Achso, wir wollten den Block noch machen, ne? Äh, das war ein Block eigentlich. Okay. Keinen Bock gehabt. Achso, meine Fähigkeit ist nicht bereit. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich zu viel kassiert. Das war jetzt nicht so ganz geil. Ich kann mich hier nirgendwo heilen, ne? Oh, oh, oh. Schlecht. Okay. Warum kann ich eigentlich nichts blocken? Was geht denn ab? Gut, das war jetzt eine schlechte Variante. Probieren wir mal die nächste. Äh, ich wollte jetzt einfach nur sinnlos reinprügeln. Ja, da habe ich nur zwei Hits oder sowas, die ich halt umso... Also, wo ich keinen Schaden bekomme. Machen wir jetzt mal. Ist ja direkt aufgeladen, glaube ich. Genau, das war immer die Irritation, die ich hatte. Zwei Hits, also die, wo ich keinen Schaden bekomme. Machen wir das mal. Ja, mal gucken. Vielleicht je nachdem, was da noch kommt. Na, jetzt können wir halt doppelt, äh, super auf Ablocken. Gut, vier Angriffe, die mal aushalten, wo man keinen... Schaden bekommen. Wenn ich vielleicht... Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Irgendwie sinnvoll Spiele. Stirb, stirb, stirb. Und vielleicht doch mal was ausweiche oder sowas. Ja, super. Das war der erste Hit. Das war der zweite Hit, der aber jetzt trotzdem Schaden verursacht. Warum auch immer. Oh, angeblich bin ich mich dreimal immun oder sowas. Irgendwie aber nicht. Keine Ahnung. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz geil, was ich da mache. Oh, nee, nee, nee. Ach, come on. Das ist doch echt Dreck, ist das. Die Klasse passt da nicht so gut, finde ich. Stirb. Aber der ist aber echt auch übel, ne? Ach so, das sind... Das wird als Gegner gewertet, die kleinen Viecher. Ich probiere es noch einmal. Aber das wird nichts. Ja, aber da irgendwie Umhang, wenn ich stehen bleibe. Sprinten, Giftwolke. Ja gut, da machen wir halt hier alle fünf Sekunden machen wir irgendwie da mehr Damage. Talente, nee. Entfernung auch nicht. Wir werden nicht getroffen. Also nochmal mehr Damage, alle sechs, jeder sechste Treffer. Aber wer weiß, so ein voll-offensiv-Ding. Vielleicht klappt das mal. Super Volltreffer-Chance. Irgendwelche super Relikte, Glück haben und so. Nee. Nee. Oh, das ist schlecht. Ja, machen wir das mal. Da kann ich vielleicht der Skill rausdonnern. Wer weiß. Aber hier blocken finde ich nicht so geil, oder? Naja, vielleicht... Ja, soll ich einfach mal stehen bleiben und einfach blocken, richtig? Ich wollte immer parryen, glaube ich. Deswegen hat das nicht funktioniert. Machen wir den da. Ja, super. Toll. Ja, echt super. Hä? Achso, ist nicht bereit. Oh Gott. Alles klar. Nee, das funktioniert gerade gar nicht. Da geht er runter. Da geht er runter, Junge. So, das mag er nämlich gar nicht hier, mein Skill. Merke ich gerade. Aber trotzdem, da fehlt noch ein bisschen was. Dass wir den einfach wegfarmen könnten. Da fehlt ein bisschen was, glaube ich. Wer weiß, wer weiß. Nein, mach doch dein Skill, der war so geil. Oh, wenn ich... Ich wollte es... Komm, einen Versuch noch. Das könnte schon irgendwie klappen. Auch wenn es super erbärmlich ist. Die Glocke, dass wir wieder aufstehen. Brennen. Ne, mach mal Brennen. Brennen macht halt kontinuierlichen Schaden. Dann... Fähigkeiten Volltreffer. Kannst du super Volltreffer werden. Ist an sich geil, aber dafür machen wir zu wenig Schaden. Oder haben zu eine geringe Gritschung. So rum. So, was haben wir hier noch? Hm. Komm, ich guck mal, ob wir noch... Ja, mach mal Gift. Also Gift, Brennen. Super Special. Der, glaube ich, das Gleiche verursacht. Mal gucken. Und halt das Blocken irgendwie. Halbwegs sinnvoll mal nutzen. Im richtigen Moment, ne? Da ist die doch schon nicht schlecht aus. So, hau rein, hau rein, hau rein. Oh, nee, 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 nee. Oh Gott. Der macht schon bösen Auer. Bösen Auer macht er. So, jetzt müssen wir irgendwie das Blocken nutzen. Irgendwann halt. Oh je, oh je, oh je. Hau rein, hau rein, hau rein, hau rein, hau rein. Wir machen erhöhten Damage unter 50%. Stirb. Jawohl, geht doch. So, wer weiß, vielleicht mit ein bisschen Glück. Es war eine super Zeit, Leute. Und, ne, krass. 20.000, das reicht, glaube ich, nicht, ne? Aber trotzdem, das ist schon mal eine super Vorbereitung für einen möglichen nächsten Helden, der dann hier einfach mal 1300 Punkte abkassieren kann. Was hat denn mal im Shop freigeschaltet? Ich habe das schon vollkommen vergessen. Ah, die Übermaßkleidung wollten wir auch auf drei, auf vier bringen, ne? Ja, und halt anderen Krempel. Ja, mal gucken. Mega nice. Wie sieht es mit dem Umtauschen da aus? Seltsames Geschäft. 42.000 jeweils. Hm, okay. Gut. Jo, alles klar. Dann gehen wir mit dem Ritter noch rein, bis der in zwei Sekunden tot ist. Und dann werde ich demnächst, ähm, weiter aufnehmen. Weil ich habe noch ein, zwei andere Projekte, die ich noch ein bisschen vorstoßen muss. So, vielleicht haben wir ja Glück und können sogar ein bisschen was am Level mal drehen, wenn ich hier ein paar Gegner umkloppe, wer weiß. Das wäre mega nice. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. So, stirb. Komm, konzentrier dich mal, Monty. Ja, so ein bisschen XP mitnehmen. Warum nicht? Was geben die? 700 XP. Das ist schon nicht schlecht. Ist ja fast ein Boss, ne? Also, wenn man zwei, drei davon weg macht. Das ist nicht schlecht. Da können wir auch ein bisschen was rausholen. Was gab es für Ritter? Rüstung oder so, ne? Oder Ausrüstungsgewicht sogar, ne? War doch so. Aber bis jetzt geht das ja noch klar. Das ging irgendwann am Anfang mal überhaupt nicht. Aber jetzt machen wir das schön. Damage und Kohle. Nice. Sehr gut. Gut, da kommt man nicht hin, ne? Was ist das da Schönes? Irgendwie mehr Schaden. Dass wir einmal wieder aufstehen. Ja, warum nicht, oder? Können wir machen. Extra leben. Yeah. Nein. So, stirb, 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 stirb. Und komm mir nicht zu nah. Und du auch, bitte. So, sehr schön. Da ist die XP fast sogar wertvoller hier. Mega nice. Dass wir so einen blöden Helden da mal so ein bisschen hochbekommen. Ah, das ist schon ein netter Step. Noch plus das Gold. Ja, warum nicht? Alter, geil. Geil, geil, geil. Wie gesagt, dann demnächst mit einem anderen Helden. Boxer oder was weiß ich da noch. Die Bosse da. Ah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass der so ein Spezial-Negativ-Dings da hat. Von wegen, aus den Schatztruhen kommt irgendein Schrott rausgeflogen. Kein, verliere kein, was? Verliere kein Leben und nicht sprinten. Ne, das ist mir zu heiß mit dem Char. Fliegen ist halt nicht. So, easy peasy XP abstauben. Das ist halt. Haha, 700 XP. Da muss man am Anfang schon ein bisschen dafür schnitzen, ne? Für 700 XP zu bekommen. Nice. Geil. So. Ach Gott. Gepennt hat er. Gepennt. Er pennt. Gib mir die XP und stirb. So ist es. Und ihr auch bitte. Aber es geht ja an sich noch, was wir hier auch an Schaden kassieren. Und was wir für ein Leben haben. Das sind natürlich die Rüstung und alles wirkt sich hier natürlich doppelt, dreifach geil aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so funktioniert. Ehrlich nicht. Gepennt. Nice. Ja, da oben kommen wir ins andere Gebiet. Das interessiert mich jetzt mal gerade gar nicht. Wir holen hier lieber die XP mit und das Gold. Sehr geil. So, das gefällt hier den Gegnern gar nicht. Okay, Verdunklungseffekt. Leben geht klar. Jetzt noch so ein Boss umklatschen. Das wäre noch eine Alternative, oder? So, gerade so final. Würden wir wegmachen. Ich sag's euch, Leute. Wir machen nämlich krassen Damage hier. Ganz sicher nicht. So. Dich hab ich gesehen. Du irritierst mich nicht. Oder lockst mich in deine Falle und ich komm hier nicht hoch. Nein, nein, komm. Ah, schade. Moment. Ah, ich komm nicht hin. Moment, das muss doch irgendwie möglich sein. Nein. Na. Ich krieg die. Verliere die. Na. Ach, come on. Ist das mal scheißegal. Mein Gott, ey. Ist das kacke. So, was haben wir hier? Glocke nochmal. Könnten wir auch nochmal aufstehen. Ne? Krass. Naja, aber einmal extra Leben haben wir schon. Drohnen füllen Leben wieder auf. Komm, wir re-rollen wieder. Komm, ist egal jetzt. Geh runter. Dann gehen wir noch in das andere Gebiet. Das ist eigentlich nicht geil für mich, ne? Für die Klasse. Geh mal lieber hier nochmal an den Anfang. Gehen dann nach unten. Beziehungsweise, wir machen es so. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir machen im nächsten Part genau an der Stelle hier weiter. Kurze Erinnerung an mich, Monty. Monty, ähm, dass du hingehst. Also, ne? Also ich. Ich könnte man es jetzt auch aufschreiben, aber es wäre viel zu einfach. Und dann das nächste Mal die Folge nicht anhören. Das ist natürlich dann nochmal doppelt, dreifach bitter, was ich sicher nicht mache. Aber trotzdem, so als Erinnerung, dass du einen anderen Helden spielst und diese zwei Bosse da umhaust, um die Seelen zu bekommen. Und, Monty, denk dran in der Zukunft, dass du hier ein bisschen weiter zockst und halt noch XP abstaubst und noch ein bisschen Gold. Jo, tschüss Monty. Tschüss Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.